Und... Eines nach dem anderen. Ich komm hier einfach nicht zur Ruhe, was? Schlimm ist das. Eigentlich find ich's richtig geil, aber... Nicht... So... Ach, da oben. Ach so! Oh, die greifen mich einfach mal an, oder was? So, jetzt gibt's... Zack! Jawohl, ja! Was hat der wieder geraucht hier? Ach, Mann, komm her. Habe ich mich selbst noch umgeschubst, ja. Oh, yeah! Einmal fett durch. Dankeschön. Die haben inzwischen richtig viel Skill. Die Jungs. Aber warum hab ich nur zwei... Gibt's nicht mehr? Magna cum laude. Oh. Gleich hier erstmal... Ähm... Auszeichnung bekommen. Gleich. So. Ab geht's nach oben. Schön, dass man da jetzt inzwischen nicht mehr Shift drücken muss, wie noch bei Ezio. Oder wie bei Ezio. Hallo? Kann der mal... Kurze Aufnahmepause. Bis gleich. So. Bin wieder da. Ich werde allerdings gleich wahrscheinlich noch mal kurz gestört. Ne? Da muss ich mich dann... Also muss halt gleich noch mal kurz unterbrechen. So. Den Aussichtspunkt haben wir auch abgehakt. Was fehlt denn noch? Da gibt's Auftragsattentat. Machen wir das doch mal kurz. Liegt auf dem Weg. Oh yeah. Nice. Richtig nice. Ich liebe das. Das ist so geil. Die Trinity School Sagt mir jetzt eigentlich so gar nichts. Jawohl. Oh. Warum? Oh. Oh. Verdammt. Alter. Was macht der denn da die ganze Zeit? Bin schon wieder total abgenervt hier von dem Spassen. Hä? Alter. Das war doch gar nicht so weit. Was für ein Akt hier schon wieder. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oh geil. 200. Sehr schön. 1250. Mehr war da nicht drin. Einfach nur so 1250 mal? Super. Super. Mit super meine ich ganz und gar nicht super. Das ist ja gar nichts. Ich weiß. Ich bin geldgierig. Aber. Jawohl. Haben wir sie bekommen hier. Was? Ich doch nicht. Ich doch nicht. Was stehen die denn hier alle so rum? Wie die hier rumstehen? Als würden sie auf irgendwen warten, auf mich. Ha. Naja. Das dazu. Befreiungsmission, Befreiungsmission. Ich kann jetzt hier zwei Gebiete schon befreien quasi. Da oben gibt es noch eine Schatztruhe. Und hier unten sollte eigentlich auch noch irgendwo eine sein. Das war glaube ich 4 von 5 oder so. Egal. Erstmal die Almanachseite. Die ist direkt hier um die Ecke. Oh yeah. Richtig geil gemacht. Ah. Ah. Moment. Ah. So. Wo haben wir die denn? Ach da. Okay. Also die Kinder klingen so krank, ne? Oh, klasse. Wie gut das geklappt hat. Ja, scheiß auf die Leiter. Wir haben hier ein paar Fenster. Ach so, jetzt darf ich der schon hinterherjagen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ah. Ja, super. Genau. War so klar. War so klar, dass ich das schon wieder verkackt, ey. Ich kann schon wieder hier... Oh, regt mich das auf. Markierungssätzen, Alter. Anstatt, dass ich mich da einfach hin... Schnellreise machen kann. Jetzt kann ich den ganzen Piss-Scheiß-Kackweg hier laufen. So. Was haben wir da? Ein Auftragsattentat. Ich bewege mich jetzt in Richtung Hafen. Also hier unten den Hafen. Und mache dann die nächste Hauptmission. Der Rest muss warten. Darauf habe ich jetzt keinen Nerv gerade. So. So. So, Entschuldigung. Wie schon angekündigt... Ja, kam die Störung. Ist auch halt zu wild. Uh. 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 Das tat weh. Na egal. Ähm. Auftragsattentat ist ein Katzensprung weiter vorne. Auch nicht schlecht. Mhm. Ach, komm. Bah, man. Er hat zugepickst, ja. Oh. Jetzt. Hauen sie sich hier gegenseitig. Uuuh. Uiuiuiuiuiuiui. Gibt es eigentlich auch wieder starke Angriffe? Wird mich ja mal interessieren. Auch die Almanachseite ist da wieder. Ach, komm. Leck mich. Almanachseite. Leck mich. Vierter Marsch. So. So. Wahnsinnige läuft ungestraft. Ach so, ja. Ich bin ja wieder... Unheil und Chaos. Hm. Ah. Geil. Ah. Ja, ja. Ach, komm. Ich hatte ja gar nicht die versteckte Klinge. Kann passieren. Kann passieren. Und die da oben peilen auch nichts. Scheiße. Was ist das hier denn? Da will ich auch mal rein. Okay, da scheine ich noch nicht rein zu können. Da gibt es vielleicht später so hauptmissionsmäßig was. So. Ah, ja. Genau. Da hinten auf dem Mast war die Geschichte, ja. Dann machen wir das doch glatt mal. Oh, verdammt. Scheiße. Wieder total den Umweg hier genommen. Hopp. Böbel, Türen, Beschläge, Holzkafeln und Türen, Türen, Türen. Johann, Nerva. So. Verdammt. Egal. Fast. Ich dachte, ich schaffe das mit einem Mal. Dem war wohl nicht so. So. Hier drüber. Jawohl, haben wir auch. Gut. Sehr elegant. Ohne sich die Knochen zu brechen. Poor Rich Schatz einmal nach. So. Wo ist das denn ganz? Alter. Jetzt da... Was? Da oben? Seit wann ist das denn da oben? Oh, Mann, ey. Und ich dachte, das wäre hier unten irgendwie. Wie komme ich denn da drauf? Na gut, das heißt laufen. Aus dem Weg! Wuhu! Ja, dann könnt ihr mir jetzt ein bisschen beim Laufen hier zusehen. Das ist auch mal was Schönes. Ist da auf dem Weg vielleicht irgendwas? Gar nichts? Wirklich? Scheiße. Naja. Machst du nichts. Wieder die kleinen Drecksplagen. Die Markierung geht mir auf den Sack auf der Karte. So. Jetzt kann es weitergehen. Hm. 8.000... 7.6 habe ich. 7.6000. 7.600. Ich glaube, 8.000 kostet dieser Rammsporn, ne? Da muss ich mal sehen. Also, ich denke mal, ähm, solange es nichts gibt, was ich unbedingt mir so kaufen möchte für normale Missionen, denn das hat Vorrang auf jeden Fall, werde ich immer mal wieder mir so Kleinigkeiten gönnen, ne? Für das Schiff. Oder dem Schiff Kleinigkeiten gönnen. Greifen die mich jetzt an? Ne. Ist ja auch ganz normal. Boah, ha, ha, ha. Alter, die... Da haben... Da werde ich mich noch ewig drüber aufregen. So ist das schon hier, die Aquila. Sollen wir. Ah, so. Die Zeit genutzt, um was zu trinken. Alter, das Ding ist echt ganz gut bewaffnet, muss man ja sagen. Ich sagte doch, der Kurs ist falsch. Judge ist uns jetzt sicher um Tage voraus. Oh. Ach so, halbes Segel. Halbes Segel ist mir lieber hier. Oh. Die Messleiter hängt auch nicht besonders hoch, oder? Tja. Oh. Ja, Feuer erst mal. Ja, du glaubst, Vater. Bereit zum Feuer? Juhu. Hehehe. Alter, ein Glück habe ich mir das neue Ruder gekauft. Nein, das ist gleich viel angenehmer hier. Ansonsten hätte ich hier wahrscheinlich voll die Probleme. So. Hier soll er sein, der Church. Bomben wir ihn gleich mal zur Hölle, würde ich sagen, ne? Schiffe heute! Schiff heute! Untertitelung des ZDF, 2020